heute hat das sind wir wieder heute gemein diabolo der argen diabolo ja die pizze wäre schlecht die hauble pizze daher mitgeschaut der quest für mich interessant kann man erinnern ok dann bleibst du da ja dann kann man was essen eigenes rezept sollte man mal testen vielleicht findet man was gescheites noch was ganz gut bauer gibt schnell wieder skippen notsignal kann man fiffi fiffi ja dann machen wir schon eine angeltur ja fischi 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 fu frische fische ну einmal Schau mal, eine da. Nicht davon schwimmen. Oh, da hinten ist ja ein Dicker. Da müssen wir uns schauen. So, so, locken. Na, jetzt kommen sie. Jetzt geht's gleich los. Na, auch nicht. Das ist ja okay, da. So. Okay. Kann man den durchschalten jetzt? Schießpufferköter. Okay. Schauen wir mal. Explodieren den dann, oder wie? Keine Ahnung. Äh. Hallo? Die ignorieren mich voll, ne? So. Falscher Köder. Äh. So. Den da hinten will ich haben. So. Aarok. Oh, jetzt hat er was gesehen. Oder auch nicht. Hallo? Hallo. Hallo, Dicker. Schießpuffer. Okay. So. Haarok. Komm schon. Komm, 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 komm. Der mag den Köder nicht. Oder? Nee. Nee. Der schwimmt vorbei. Okay. Okay. Probieren wir nochmal den falschen Köder. So. Jaarok. Jaarok. Jawohl. Den hat er gefressen. Den hat er gern. Und drücken. Und drücken. Und drücken. Und ziehen. Und ziehen. Und gehen wir. Jawohl. Schönen Thunfisch haben wir da. Na, geht doch, ne? Dann packen wir ein. So. Wir müssen ja den Herrn Diabolo suchen jetzt, ne? So. Und der Herr Mikisch bleibt so im Lager inzwischen. Ähm. Diabolo. Wo hast du dich versteckt? Ich weiß es nicht. So. Das nochmal mit. Alles schön. Ah, da. Fußspuren. Okay. Da sind auch Fußspuren. Diabolo. So. Diabolo. Di. Ah. Di. Bolo. Di. Ah. 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 So. Habe mal gesungen. Ein bisschen. So. Ich dürfte dann hier wohnen, ne? Hoppala. Das Födererz. Ich habe eine Kristalle mitgenommen. So. Wo ist er? Die Decke. Hoppala. Stützt du die Decke ein oder was? Schnell weiter. Schnell weiter. So. Wo hat er sich versteckt, die Decke? Hm. Hier kann man nicht runter. Blitzkäfer. Haben wir da. Dann nehmen wir das auch mit gleich. Zack. Diabolo. Awe. Wie was? Wie was? Hä? Da. Diabolo. Da war er irgendwo. Da is Diabolo. Der. Where sits some close. Da is Diabolo. Lalalala Lalalala So Schnüffeln wir da wieder dran Schnüffel schnüffel So das haben wir Es schaut aus Als ob er ganz in der Nähe wäre Aber Aha Eine Kratzspuren Haben wir hier So Oh ey Jetzt gehts los Ui Eula Was ist mit dir Auf Wird der Kämmer ja Na Was hat er denn Mh 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 Kann man jetzt noch ein Dings machen? Nee, nee, geht auch nicht. Verdammt, Alter. Wie sollen denn deine Leinen packen jetzt? Ja, Blitzler. Magst du das nicht so? Aua, aua. Das tut weh. Ole, ole. Nee, nee. Aufstehen. Aufstehen, steh auf. Oh, je. Verdammt. Wie sollen denn deine Leinen packen, ey? Das ist ja... Gewalt von der Wehe. Kann ich jetzt Leuchtfeuer machen? Jetzt kann ich machen, ne? Toll. Muss ja vorher sterben, ne? Bevor... Bei dir ist es so weit, aber das ist okay. Hm? Ei, 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 ei. Mega Nährstoffe reinziehen. So. Gibt es da was zum Essen? Ofenbraten. Äh. Äh. Äh, rohs Fleisch. Ja. Ja. Äh. Okay. Was macht das? Jo. Trinken wir unser Bier. Ah, jetzt kann ich wieder essen. Na gut. Na. Tschüss. So. Noch mal Ration, ne? Schauen wir mal in die Truhe. Wo ist die Truhe? So. Das da. Und das da nehmen wir mit. Und äh, eventuell auch das da. Ah, cool. Jetzt kriegen wir Unterstützung. Puh. Puh. So. Äh. Äh. Ich wollte. Ration reinklatschen. Und dann mal mega Nährstoffe. Schön auch alles hochballen. Das geht. So. Einmal schleifen. So. Dann gehen wir mal gucken. Wo ist unser Kollege? Ah, hier. So. Leuchtkäfer am Start. Ah, was für Stufe hat der? Quiz, 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 quiz. Wie heißt der? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Okay. Äh, nee. Du, für 10 ist er. Okay. Naja. Ich hoffe, das klappt mit dem. Wir haben hier Hartz und Kuckuckras, ne? Wenn wir das nicht schaffen. Kuckuck. Köder. Gibt es irgendwo einen Köder? Ne, oder? Köder. Du Köder. Du bist kein Köder. So. Dürfte auch gleich hier sein, bei mir. Unser Gast. Star. Äh. Fußspuren. Schnell, schön, schön. Schnell, schnell. Immer schön an Informationssammlern. So. Ah, da ist er schon. Okay. Ich hätte ein Blitzerdings gemacht, okay. Ein Vivien. Äh, äh, äh. Äh. Ah, okay. Ne, das brauchen wir nicht. So. Pflanzen. Bräuter. jetzt haben wir schon maximal ich hoffe es kommt noch jemand zu oder zwei stück und leuten schaut ziemlich heftig aus das vieh zum bekämpfen da ist die höhle oder das einstecken fußspuren sichern da ist die höhle wir haben wieder verstärkung bekommen könnten wir ein bisschen warten noch auf denjenigen ja erschießen so die hauble panze Okay, haben wir schon was gekriegt am Material. Wo ist denn unser Kollege überhaupt? Ne, was ist das da? Oh, okay. Immer schön die Fußspuren mitnehmen. Da kommt er. Sind wir alle hier schon, oder? Ne, da fehlt einer, oder? Wir greifen lieber zu dritt an. Tschüss, tschüss. Oh je, er hat mich geortet. So, sind wir zwar volle Gruppe, oder wie? Jawohl, dann warten wir mal. Ja, siehste, hat sie ausgezahlt, das Warten? Wo sind sie denn? Der eine ist hier. Der andere parkt da im Lager. Kennt sie wahrscheinlich nicht aus. So, ja. Gehen wir halt zu dritt, ne? Hoppala. Und ich krieg schon die erste Tätchen, ne? Das fangt schon mal gut an. So. Ich muss weg. Das fangt schon mal gut. Stehe Hilfe. Das fangt schon mal gut. Das fangt schon mal gut. Das fangt schon mal gut. Verdammt, ist der stark. Hoppala. Dann macht er mich die Fassbomben, das Ganze. Sehr nice. Machst du das wieder? Oder dann haben wir ein leichtes Spiel, ne? Und ich drehe mich schon wieder in die falsche Richtung. Das ist auch ärgerlich hier mal. Weg, 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 weg. Komm, 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 komm. So, schauen wir uns das von hinten an. Okay, unser Kollege ist im Arsch. Was ist das? Pilzen. Äh, ja. Da geht's schon wieder auf mir, ich... Das blöde Viech. Verdammt. Wie soll ich das angreifen? Besten... Verstehst du nicht? Sehr ärgerlich. So. Der verrampt mir immer wieder, ich kann nicht blocken, das ist das Problem, ne? Müsste echt mal die andere Klasse probieren. Dreh dich, dreh dich, Digga. Oh, Mann. So, jetzt wirkt es schon, ja, jetzt ist es schön, jetzt ist es schön. Und der hat mich schon voll im Griff, ne? So, wir nehmen uns einen Pausentrank. So. Hm. Oh, Mann. Der, 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 der würde mich sicher holen kommen. Der Krampus. Ich kann halt auswirken richtig, das ist das Problem, ne? Ich kann halt mit Nähe, ich kann nicht... Blödes Vieh, ach... Verdammt, das katscht mich auch nicht. Ah! Gibt es da irgendwas, Spezialdinger oder so? Das mit dem... Ich glaube, ich bedäuben, oder so was in der Richtung, ne? Trink was... dadadada dadadada dadadadadada laquelle bauen wir ab. inzwischen schade es an schade das an da kannst nichts machen dagegen und weg der schwanz ist ja ziemlich hart mehr auf zum schlagen der leidenschaft ist sicher nicht der möglichkeit vielleicht später irgendwann man setzt abgehauen jonge 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 das gute er hat ein schönes visier das blöde tier wo 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 schade das an er jetzt ist vorbei oder nicht das war das letzte mal das weg ja massiv versager das war's alles nehmen wenn man irgendwas kriegt keine ahnung null punkte hoppla jetzt noch der diablos ja diabolo sagt es ja leicht die komische schön die drangler auffüllen wieder so fleisch haben wir drin das braucht man nicht das braucht man nicht das braucht man nicht das braucht man nicht so 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 hm ja haben wir halt noch so bekannt machen aufgabe diabolo bitte probieren wir es halt nochmal ne dann die die das 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 Vielen Dank.